So, das ist der alte Saal der Sachsen. Wir können also sehr schön sehen, hier über dieser Laube steht 1898, erbaut als Scheune, 1936 renoviert als Saal. Dieser Vorbau, den gab es natürlich vorher nicht, also diese gelbe Fassade ist der Originalzug, links, wo jetzt da ein Schornstein steht, da war ursprünglich der ganz normale Eingang und was wir hier rechts sehen, das war der Bühneneingang und hier gab es früher einen Wirt, der hat das ja rein als eine Art Bar genutzt, der ist anscheinend dann pleite gegangen. Sie sehen hier diese Chevre Feu, was hier eine wunderbare Hecke bildet, ja ein paar Außentische hat er sich hier auch organisiert, aber ansonsten ist das jetzt im Moment ganz brachliegend. Dem letzten Jahr, so im August, September war hier gerade am Wochenende und am Abend der Bär los.